Die schockierende siebte Staffel. Oh Gott. Dexter, was soll der Scheiß hier? Ich bin immer noch dein Bruder. Nichts hat sich geändert. Alles hat sich geändert. Bist du ein Serienkiller? Ja. Wichser, Wichser, Scheiße! Diesen Moment hatte ich mein Leben lang gefürchtet. Aber ich habe diesen... ...drang tief in mir. Dexter, morgen. Sie haben das Recht zu schweigen. Du musst dich entscheiden. Dexter, die siebte Staffel. Ab Donnerstag, 22 Uhr auf Sky Atlantic HD. ... ... ... ... ... ... ... ...